Und damit herzlich willkommen zurück zu Bug. Wir machen jetzt hier den nächsten Teil dieser wunderschönen Spielereihe. Ich lade jetzt schon, weil ich jetzt schon keine Lust darauf habe. Drecksspiel. Vielleicht ignorieren einfach. Meine Fremd. Dig. Dig. So. Speichern, weil ich keine Lust habe, das alles nochmal zu machen. Das war der falsche Speicherstand. Safe. So, runter. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, dass ich das hier lang mache. Okay, überhaupt keine Ahnung, wo lang wir müssen. Ich späucher mal direkt nochmal. Klar, jetzt kommt eine Spinne. Das sind quasi die Neuen. Ja, das ist Hüpfer. Ja, sind sie es. Sonst beichern wir doch mal direkt hier wieder. Projekt kommt jetzt übrigens wieder, weil ich ein paar Tage im Urlaub bin und dafür vorproduziere. Falls jemand nur das hier guckt, wovon ich nicht ausgehe. Ähm. Au. Wow. Ah. Das fällt hier runter, okay. Warum, warum trifft es mich mal und mal nicht? I smell Bullshit, nach hinten kann ich übrigens nicht Was zum Fick muss ich tun? Ich begreife noch nicht so ganz Ich glaube ich muss so gehen Ich habe nicht angehalten by the way Aber gut Ich bin da lange gegangen Ich habe nicht so gemacht Ich habe nicht so gemacht Gut und hier speichern wir jetzt mal wieder Ich habe vergessen wie schwierig das aufnehmen von diesem Spiel war Also habe ich wirklich komplett vergessen Ich wollte da sprengen aber gut Ignorieren, ignorieren, ignorieren So Speichern Damit ich nicht so weit laufen muss Ich habe übrigens keine Ahnung wie über wo ich bin Ich muss natürlich sofort weiter Warte mal Ich muss über die hinteren Das heißt ich könnte auch einfach direkt über die oder? Ich sehe dich, buddy Oder nicht Okay, das funktioniert schonmal nicht Da muss ich wahrscheinlich wirklich vollen Anlauf haben Okay, so funktioniert es auch nicht Load 2 Natürlich geil Ah okay, das funktioniert, nice Dass das schon nur so knapp funktioniert Ist natürlich absoluter geiler Shit Äh fuck, da ist aber noch einer Save 2 Das heißt ich darf jetzt nochmal das ganze machen Von der Seite aus So Speichern 2 Okay Ich bin auf der Insel gelandet aber nicht auf dem Äh Dingens Spannend Achso ich kann ja auch so machen wieder ne Okay Also Vollgas durchziehen darf ich auch nicht Load 2 Also ich verstehe absolut Freddy der sagt Boah ne du Auf das Spiel gucken habe ich gar keinen Bock Das ist mir viel zu anstrengend Ich meine mir ist ja zum Spielen zu anstrengend So Fick das Ding Also ist mir wirklich komplett egal Ne Oh Wo auch immer das ist es mir wirklich egal das blaue Zeug Heu nicht Ich hab nicht gesehen dass er sich was geändert Fuck ich hab nicht gespeichert 2 Oh ne Aber wirklich ein dummer an gran grenafЗer Eh, nicht gespeichert Guck Mal wieder ein Zweiteiler. Den zu holen gar nicht nur so klug. Jetzt speichern wir hier nochmal. Nee, speichern. Den holen also auch nicht klug. Okay, merken wir uns das nächste Mal. War jetzt schon mal vergessen? Hier irgendwas sinnvolles. Ich hab fast runter gefallen. Ich hab alles was ich haben will. Also ich kann mir grad nicht mehr münchen. Münzen sind eigentlich scheißegal, weil ich hab unendlich Leben. Au. Ich würde sagen ich hab volles Leben. Jetzt nicht mehr. So, hier speichern wir jetzt nochmal. Ich überlege das erst sieben Minuten im Level, wenn das wahrscheinlich so 20 geht. Geht schon wieder not so in Nuss, bin ich ehrlich. Okay, wenn du meinst, Spiel. Musst du wissen? Okay, hier komm ich nicht weiter. Äh, woher kommst du denn her? Ich hab nicht gesehen, dass die zwei waren. Okay, wir speichern nochmal hier. Spiel. Safe. Sieht mir nicht wie ein Labyrinth aus, sondern dieses Mal wirklich nur wie ein, äh, finde die Sachen. Okay, jetzt schaust zappt den halt. Komm. Vielleicht irrelevant. Das heißt, wir gehen da nicht lang. Den kann ich erledigen. Und dann... Go fuck yourself, alla. Die Drecksvieh hab ich schon komplett vergessen. Okay, wo bin ich? Hier bin ich. Wo kommst du denn her, du Sackvieh? Na, da fällt immer ein Pilz hin und her. Ich hab nicht gespeichert. Kennt ihr das, wenn ihr so denkt, ah, ich muss mehr speichern und es dann nicht tut? Ich auch. Leider. Wo bleibt denn das scheiß Fliegevieh? Ah, das kam hier, ne? Zeig. Öh, nicht da reinlaufen. Äh, wir speichern hier nochmal. Ich glaube, wir haben das einmal... Ne, 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 ne. Da, da, wir escape drücken. Na, so war das safe. Ist auch geil, mit diesen Emulatoren. Ich hab das ja auch tausend Jahre lang jetzt nicht mehr gemacht. Das heißt, man vergisst die Hälfte. Weiß ich nicht. Ich kenn mich genug mit aus, Bruder. Wir speichern hier nochmal. Safe. Zwei. Na komm. Du Sackvieh. Komm ruhig her. Danke, gewisch. Schade. Komm zurück, du Wichser. Danke. Das Problem ist ja auch, du weißt nicht, ob du da raufkommst oder nicht. Ja, es kann auch schlecht laufen, du kommst da nicht drauf. Ne, komm, das lade ich direkt nochmal. Das macht überhaupt keinen Sinn. Load. Zwei. Ich könnte das jetzt schneiden, aber ich hab eigentlich gar keinen Bock drauf, das zu schneiden. Ne, hätte ich das nicht falsch versteht. Ich hätte schon Bock, das komplett geschnitten zu machen. Aber es dauert halt aber viel zu lange. So. Wo kommst du denn her? Geh doch. Danke. Speichern. So. Und runter. Und wieder hoch. Und runter. Unter. Ich rechtzeitig springe. Kann doch mal was. Hä? Ne, warte mal. Falschen Spielstand geladen. Runter. Hoch. Hoch. Runter. Hoch. Runter. Ehre. Ich soll da nicht direkt wieder speichern, oder? Ja. Safe. Ja, drauf geschissen. Kann ich da nicht treffen? Okay. Oh, ne Slingshot, das ist gut. Ne, ich will die einfach nicht mehr sehen. Danke. So, bevor ich die Slingshot benutze, speichern wir. Ich bin ganz schön aufs Maul gekriegt, also ich bin relativ low. So. Aber nicht so low, dass ich sagen würde, jetzt geht nicht mehr. Das sind Checkpoints hier scheinbar. Über 13 Minuten, ey. Ich habe das Fenster nicht weggeklickt, Bruder. Safe. Ich dachte, das trifft mich ehrlich gesagt. Na, du Drecksvieh. Mach mal nicht. Mach mal nicht diesen, Diggi. Woher kommen diese scheiß Kugeln, Alter? Da oben. So. So. Safe. Die Dinger hatten wir ewig nicht mehr. Aber die mag ich eigentlich. Weil man die relativ einfach benutzen kann. So. Naja, also wenn man nicht komplett lost in Space ist, geht das. Ich speichern mal wieder, weil ich bin komplett lost in Space. So. Endlich mal wieder full life. So. Kommt hier was? Außer den Hunden nichts, okay. Okay. So. Bis dann mal runter. Genau. So. Sehr richtig gemein, wenn da so ein Dreck drin ist. Okay. Dann speichern wir jetzt nochmal. Safe. 2. Kann ich eigentlich machen. F. F. Ich kann nicht F drücken. Okay. Weil Pfeil ist F. Steht oben. Könnt ihr nicht lesen. Da steht Pfeil F. Ich kann nicht F drücken. F. 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 Okay. Ich dachte ja der war un-headed mich als ich gesehen habe das Ich schwarz geworden bin. Tue das zum Glück nicht. Worte毫 im arsch krumpe. Okay, Spaß Wie langsam möchten sie das Spiel spielen? Ja Speichern Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwas richtig in die Fresse kriege So Da wird direkt nur wieder gespeichert, würde ich sagen Das war richtig aufs Maul schon gekriegt, damit es nur noch Ich glaube, zwei Leben, also zwei AP Ist mir aber gerade wirklich egal Überhaupt keine Lust die ganze Scheiße in irgendeiner Form doppelt oder dreifach zu machen Okay, da habe ich ein bisschen zu früh gejumpt, sehe ich ein So Ich bin dumm, ich habe gerade gesaved, cool Ich bin komplett dumm Ja, cool, ich habe mein letztes Leben geopfert Das war gar nicht mehr so smart, Bruder Nö Nö Was für ein Eins? Ein Part? Hä? Was ist denn da los? Das ist jede Ewigkeit nicht, wenn das Eins und Ding ein Part war Okay Würde ich sagen, beim nächsten Mal machen wir die Zweite Szene von dem Schmutz Hallo Ehre Das hat mir sehr gut gefallen Es gibt immer 2 plus Boss oder? Oder gibt es 3 plus Boss? Arachnia Szene 1 beendet Ehre Arachnia Szene 2 Würde ich sagen, gucken wir uns beim nächsten Mal an Vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein und tschüss Action Action